Boah, Alter. Ja, den könnte man geil ausrauben. Ey, wisst ihr, was läuft? Alter. Geil, Mann, ey. Wie viel kostet so ein Donut? Ja, ähm. Ja, erstmal hier. P&Qs einen Ausbau kauft? Schade. Da hab ich aber ein ziemlich großes Problem damit. Hände hoch. Sofort die ganze Scheißkasse aufräumen, verdammt. Hey, wie seht's mit dem Fluchtwagen aus? Fluchtwagen ist hier. So, verstanden. Gut. Bereithalten. Ey, Mann, beeil dich mal ein bisschen. Wir haben nicht die ganze Tagzeit. Oder ich mach noch den Rest. Deinen scheiß Laden zum Arsch. Ich hab mir erst genutzt Sprengstoff. Hier. Gut, ja. Ich komme. Gut, schnell, fahr, 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 fahr. Ich mach's so platt. Gib ihn, gib ihn, gib ihn. Ah, warte, ich bin... Mann, ey. Fahrt, Mann. Hier ist es, wie du... Ja, wir sind gekommen, wir sind gekommen. Ja. Ja. Man, du hast gesagt, ich hab dir gut mitgenommen. Ja, Mann, ey. Das ist der beste Fluchtwagen, den ich kenne. Gut, gut, dass du das Ding mitgenommen hast. Ja, ja. Denn ich weiß schon, was gut ist hier. Ja, keine Ahnung, Mann. Mann, so macht man einen wahren Kleingeschäftsraum. Oh Gott, da kommt einer. Oh, da kommt zwei. Oh Gott, Gott, schnell. Ich glaub, die haben uns. Nein, niemals, 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 niemals. Die quäkern uns nicht. Aus dem Weg. Was ist denn? Oh Gott. Ja. 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 Das krieg dich voll. Komm, hopp, 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 hopp. Ich hab's auch noch runter. Nein! Wieso? Ja. Ach so, weil wir hier drin sind. Wir dürfen hier nicht rein, Philipp. Oh, scheiße. Das wusste ich. Oh Gott. Das war natürlich so eine Idee. Äh, komm ich... Ah, ist ja praktisch. Ja, du musst... Ah, weiter. Ja. Ja. Da, der Zug, der Zug gibt uns Deckung. Der Zug gibt uns Deckung. Schnell. Ja. Dieses D. Das rosa Wunder hat zugeschlagen. Jawoll. Mit der geilsten Hupe der Welt. Wheelie. Wheelie. Oh Gott. Mit der geilsten Hupe. Oh Gott. Yeah. So, das macht ein Moped aus. Das ist ein richtiges Drohteauto hier. Genau, mit keinem anderen Auto. Jawoll. Jawoll. Hihihi. Wo darfst du denn hingehen? Ähm. Keine Ahnung. Ich bin bereit. Jo, natürlich. Ja, ich bin bereit. Problem ist nur, wie gesagt, ich kann nicht schießen. Ja, ich kann nicht schießen. Ja, ich kann nicht schießen. Lass mich einfach nur fahren. Ja, passt. Ja, passt. Ja, passt. Ein Stimmsgott noch habers am Abkratzen. Die ist immer Haar am Abkratzen. Kann ich schießen? Nein, ich darf mein Moped dabei. Ja, dein Moped ist auf jeden Fall besser als mein Moped, soviel kann ich dir sagen. Ja, dann schwimm dich drauf. Was? Ja, er hat sehr viel Spaß daran, Leute umzudringen. Ja, ich hab mich drum angeguckt. Ein Moment. Ich muss kurz den Weg umsetzen. Ich hab wieviel Shotgun Munition. Ja, weil du einfach nie Shotgun spielst. Gut möglich. Dann mach ich's jetzt. Bam. Nice. Get over here. Wieso rennen die alle weg? Alter, weiß. Ich will mir immer... Ich will mir die ganze Zeit Autos und ein Helikas. Kaufen, aber nee, ich kaufe mir einfach keinen. Besonders. Ich weiß nicht. Alter Junge, das sind knapp zwei Mille oder so. Ich weiß, ich hab über zwei Mille, aber weiß nicht, weil ihr die ganze Zeit, weil ihr die ganze Zeit mit den Missionen kommt. Get down. Deswegen. Oh Gott. Ups. Too bad. Get down the ground. Get down the ground. Oh, das ist so schön, wenn man Missionen spielt. Ich glaub, man muss alles machen, muss man sehen. Ja. Gerade durch. Ich geh morgen mal in die Stadt und besorgte mir so ein Controller-Kabel für die X-Box. Das pisst nicht grad mega an. Ich krieg dir jetzt wieder Tasche. Ich sag nicht, was ich was reden. Jetzt komm her, du. Ja, okay, hab sie. Ich hab mich grad mega ausfahren, konzentriert einfach. Richtig, richtig schön entspannt wartet. Und dann merke ich so, oh, still das Koks. Oh, wir sollten mal eine Mission machen. Komm, ich hab hier ein Schalldämpfer auf dem Moppet. Ja, ich weiß, auf dem Moppet das alles. Okay, warte. Ich weiß nicht, ich bin so hart. Joko macht sie alle platt. Komm, oh, nie. Aber, Agathe. Wenn es umschadet, wenn wir unterschaffen werden. Hier ist niemals. Wirklich? Weil ich glaube, sie sind da dahinter. Da, ja. Oh, auf dem Moppet kann ich schießen. Warte mal kurz. I know how to do this. Catch the nade. Bitch. Ähm, Philipp, diesen hier. Ich weiß, ich hab mich gerade drüber gebrochen. Auf dem Moppet kann ich... Ich hab einen Kill. Auf dem Moppet kann ich schießen. Weil es andere Tasten sind. Jawohl, ich kann produktiv sein, endlich. Auch wenn ich fast tot bin. Okay, so viel zu 10. Ach, du hast gestorben. Nein, ich bin voll Kreuzfeuer. Nein. Sorry. Geh... Geh... Ich bin alles in Kontrolle. Also, verschlagen kann ich sehr. Ich glaub, das bringt uns nix. Oh Gott. Als Sniperchänisierer sei ganz schön happig. Ich nab mir das Problem. Ich nab es mir. er nimmt Geld von mir. Mein Geld. Stay down. Stay down. Wo ist ne letzte? Ist es vom Geralt? Ja vom Geralt. Ah ok, den kennt man ja. Nice. Ich hab mir das Koks. Manni, stay gierig. Ah, das Koks nicht zu. Manni. Komm mal Brechstangen. Äh, nirg mir ein richtiges Auto? Ah. Ok, Moped Time. Ich fahr. Ich kann nicht... Doch, ich kann schießen. Stell du nicht so an, ey. Notfall hab ich mit. Ich hoffe mal, ich spring nicht wieder ab. Waffe wechseln nicht mit F. Ja, bei mir ist es Y. Ich weiß nicht, ich hab ja noch deinen Controller. Stimmt. Aber morgen. Dann hab ich doch mal welcher Grefferziegel. Äh, Ziegel. Ah, fucking. Nen, nennen. Nen scheiß. Really. Schon wieder dieses hässlich grüne Auto. Könnt ich halt nichts anderes leisten. Hey, ich bin halb down. Hey, ich bin halb down. Alles klar. Wir müssen ausweich nur nur über. Ich brauche den Railgun. Zwei Fuhrer. So, Timo, wir brauchen auch noch ein richtiges Auto. Ich schieß einfach mal nach hinten. Ach, wenn mein Ding ist dann ein Fahrrad auch immer. Oh Gott. Drief bei Shooting, oh Gott. Drief bei Shooting. Jawoll. Easy. Auf in Geralts Haus. Easy. Jawoll. Ich hab auch schon ein Auto, sondern ein Moppet hat. Ja, Mann. Geralt, komm raus. Alles in Haus. Jens. Stopp. Weiß ja wie immer am Mittwoch. Al. Geld. Ja, der weiß wie's läuft. Ja, der weiß wie's läuft. Und sonst kommst du mir. Und wie dackel ich eigentlich immer hinterher? Du bist halt die, der, äh. Der Anhang. Nee, du bist halt die, ähm. Ich bin der Held und du bist die Brüste. Ah, versteh schon. Du meinst, ich bin zu's Auge da. Genau. Das, 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 das Leute, das ich Leute, das, das, das ich Leute, das, 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 doch wirklich anschauen. Gefällt gut. Ich hab zwei Kills. Gefällt gut. Ich hab zehn Kills. Okay, ich hab zwei Kills, nein, Tote. Ich hab zehn Kills, null Tote.